Hi, ich bin Emma von Jetzt kommt Kurt und heute zeige ich euch die Plus-Plus-Baustein-Systeme. Die Plus-Plus-Bausteine bestehen aus einer bestimmten Form und das sind zwei aneinander gesetzte Pluszeichen. Diese lassen sich super einfach zusammenstecken oder auch einfach dreidimensional zusammenbauen. Die Bausteine bestehen aus 100% recycelbarem Kunststoff und werden in Dänemark gefertigt. Sie sind sogar praktischerweise Spülmaschinen und Waschmaschinen fest und so könnt ihr sie ganz einfach reinigen. Besonders durch die einfache Form der Bausteine lassen sie sich super einfach zusammenstecken und so entstehen auch runde Formen oder etwas größere Figuren. Die Bausteine gibt es in zwei verschiedenen Größen. Einmal große Steine für Kinder ab einem Jahr und kleine Steine für Kinder ab fünf Jahren. In unserem Sortiment findet ihr die Steine in zwei verschiedenen Farben. Einmal den Basic-Mix und einmal den Pastell-Mix. Beide Farben findet ihr auch jeweils in beiden Größen in verschiedenen Paketen. Einmal 3600 kleine Steine, 200 oder 600 Stück. In jedem Paket findet ihr außerdem noch ein passendes Ideenbuch. Darin sind sowohl einfache als auch etwas schwierigere Ideen zu bauen, aber auch Spielanleitungen enthalten. Die Plusplus Bausteine und viele weitere Konstruktionsmaterialien findet ihr in unserem Online-Shop und auch im Katalog. Viel Spaß beim Stöbern und bis zum nächsten Mal. In jedem Paket? Das kann doch nicht so schwer sein. In jedem Paket ist außerdem ein Ideenbuch. In jedem Paket ist außerdem ein Ideenbuch. Viel Spaß beim Stöbern und bis zum nächsten Mal. In unserem Online-Shop und auch im Katalog. 3 4 5 5 Geoff Qué Fisch 5 5 kuin 5